Letztes Jahr habe ich ein Video zu Weihnachten gemacht, hier könnt ihr es euch nochmal anschauen und ich dachte, so ein Weihnachten gibt es bestimmt nie wieder, nächstes Jahr haben wir das alles überstanden. Leider ist es natürlich überhaupt nicht so gekommen, wir stecken immer noch in dieser Corona-Sache drinne. Man kann immer noch nicht so Weihnachten feiern, gerade in der Schule nicht, wie man das eigentlich gerne machen wollte. Und da habe ich gedacht, animiere ich doch dieses Jahr mal ein paar von meinen super netten Kollegen und bring mal mit denen ein kleines Weihnachtslied zusammen auf die Bühne und hier könnt ihr es euch anschauen. Los geht's! Joyful all ye nations rise, time in triumph of the skies, with angelic hopes proclaim, Christ is born in Bethlehem. Joyful all ye nations rise, time in triumph of the skies, time in triumph of the skies, time in triumph of the skies, time in triumph of the skies. Joyful all ye nations rise, time in triumph of the skies, time in triumph of the sky now. Ciao, ich habe mich festge Vielen Dank.